Bist du sicher, dass du da stehen willst? Bist du sicher, dass du da stehen willst? Das ist krass, manchmal verlieh ich so ein bisschen die Orientierung, die sie gerade, obwohl sie ja eigentlich total normal ist. Ich denke, warum kommt die bei mir? Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass.